Der Imperator ist zurück. Und er hat nur ein Ziel. Rache an Son Goku. Wie ihr wollt, dann fangen wir mal an. Lass mich dir demonstrieren, wie sehr ich mich gesteigert habe. Gut, dann werde ich jetzt mal mit meiner Rache beginnen. Freezer! Legita, ich ernenne dich zum Oberbefehlshaber der Freezer-Armee. Welchen Ausgang wird dieser schicksalhafte Kampf nehmen? Daran ist nur deine Nachsichtigkeit schuld. Jetzt ist es aus mit dir. Willkommen bei der Spanischen Inquisition. Ich bin ein Gott, selbst wenn ich ein Mann bin, ein Gott. Meine ganze Leben in der Hand ist ein Gott. So y'all better quit playing mit Gott. Ich bin ein Gott, ich bin ein Gott, ich bin ein Gott. Ich bin ein Gott, ich bin ein Gott.